Wie ihr höchstwahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich die vergangenen Saison über mit dem XCNAV und der XC Remote geflogen. Und in diesem Video möchte ich euch einmal von meinen Erfahrungen aus der letzten Saison berichten. Geflogen wurde wie immer mit meiner geliebten LS1 während des Dekater Trainings in den französischen Alpen der deutschen Meisterschaft und freier Flüge. Beginnen wir am Anfang. Das Gerät kommt in 1A Zustand in einer Verpackung im Corporate Design, fertig zusammengebaut, top verarbeitet. Es ist einfach Plug and Play. Einen kleinen Dämpfer hatte ich zugegebenermaßen am Anfang, da das Gerät am Anfang etwas chemisch gerochen hat. Der Geruch ist allerdings sehr schnell verflogen. Das System ist extrem intuitiv in der Bedienung. Die Toucheingaben sind präzise und fehlerfrei. Das Display ist gut ablesbar und Ruckler oder gar Abstürze hatte ich keine. Das klingt natürlich auch wieder sehr banal, aber ist bei einem Gerät, das so neu auf dem Markt ist, natürlich das Erste, was man wissen will. Denn das ist die Grundvoraussetzung für alles Weitere. Und jetzt ist es Zeit, sich zu fragen, welche Punkte unterscheidet das XCNAV von der Konkurrenz. Und da stechen ganz klar drei Punkte, beziehungsweise vier hervor. Und das ist erstens das Betriebssystem, zweitens die Display-Technologie, drittens die LTE-Fähigkeit und viertens, nicht zu vernachlässigen, der Preis. Wie bereits erwähnt, ermöglicht Android einem eine extrem intuitive Benutzeroberfläche, die jeder bereits kennt. Und damit einhergehend ist natürlich auch das Dateimanagement-System extrem gut. Und auch so Programme wie ein Browser, der Google App Store und ein E-Mail-Programm sind vorinstalliert. Der Google App Store ermöglicht einem selbstverständlich das Nachinstallieren jeglicher bekannter App. Und es war tatsächlich auch das Erste, was ich nach dem Hochfahren und dem Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk bei mir zu Hause gemacht habe. Ich habe mir als allererstes erst einmal die Top-Mit-Sat-App heruntergeladen, um zu schauen, ob es funktioniert. Und es hat alles einwandfrei funktioniert. Aber auch der Browser oder das E-Mail-Programm wirken im ersten Moment wie ein nettes Gimmick, erweisen sich im Fliegeralltag, aber tatsächlich als extremer Segen. So kann man den Browser zum Beispiel nutzen, um von der Wettbewerbsseite direkt die ganzen Luftraum- und Wegpunktdateien her runterzuladen oder auch hochzuladen. Gleiches gilt natürlich für das E-Mail-Programm, wenn die Wettbewerbsleitung die Dateien als E-Mail haben wollen. Das macht es extrem komfortabel und erspart einem schlicht und ergreifend das Herumlaufen mit irgendwelchen SD-Karten. Was zum Beispiel auch geht, ist, dass man sich V-Glide über diese Speichern-Funktion als App abspeichert und zum Beispiel nutzt, um seine Flüge auch dort hochzuladen, was das Ganze natürlich sehr komfortabel macht. Aber auch die Live-View ist natürlich dort verfügbar. Gleiches gilt selbstverständlich auch für zum Beispiel den OGN. Stichwort Live-View, da sind wir nämlich direkt beim nächsten Thema. Das XCNAV ermöglicht es, einem auf das Internet zuzugreifen, ohne dass man sich über sein Handy erst einen Hotspot geben muss, da es von Haus aus LTE-fähig ist. Und mittlerweile gibt es auch eine Antenne, die einem einen besseren Empfang in großen Höhen ermöglichen soll. Letzteres konnte ich zugegebenermaßen allerdings noch nicht ausprobieren. Ein weiteres sehr großes Merkmal des XCNAV ist das verbaute Display, denn dabei handelt es sich um ein transreflektives Display. Das heißt, die verbauten LEDs müssen nicht gegen das Umgebungslicht anarbeiten. Stattdessen trägt das einfallende Sonnenlicht zur Displayhelligkeit bei. Das sorgt für einen sehr geringen Stromverbrauch und eine geringe Wärmeentwicklung. Und das kann ich jetzt nach einem Jahr der Nutzung tatsächlich auch bestätigen. Das Gerät war nie wärmer als die Umgebungstemperatur und auch der Stromverbrauch war exorbitant gering. Das XCNAV, das XCVario und das Flamme haben zusammen ungefähr 400 mA im Labornetzteil gezogen. Und das XCNAV hat alleine weniger als 300 mA verbraucht. 270 waren es, wenn ich mich nicht irre. Was jetzt nur noch zum Schluss fehlt, ist die Interkonnektivität, die ich ebenfalls als sehr gut erlebt habe. Wie bereits angedeutet, habe ich das Flamme über das XCVario mit dem XCNAV verbunden. Darüber lassen sich die Flüge problemlos anmelden, herunterladen und auch Pilot-Events sind möglich. Und das S100 hatte ich über Bluetooth mit dem XCNAV verbunden. Auch dort klappen Pilot-Events und die Anmeldung von Flügen problemlos. Zusätzlich hat man dort natürlich noch den Vorteil, dann die Route auch auf der Moving-Map des S100 angezeigt zu bekommen. Was ich außerdem mit dem XCNAV verbunden habe, ist das KIT-2. Das ist zugegebenermaßen für mich eine neue Erfahrung gewesen, dass ich endlich nicht mehr an diesem Drückdreh-Poti vom KIT-2 rumfummeln musste. Ich glaube, ihr wisst alle, wie schlimm das ist. Und es ist auch super einfach zu bedienen. Über die XCV Remote waren es ganze drei Tastendrücke, um eine Frequenz zu ändern. Ich bin einfach mit dem ersten Tastendruck in die Nearest Airport an sich gegangen. Mit dem zweiten Tastendruck habe ich mir den entsprechenden Airport ausgesucht. Und mit dem dritten Tastendruck konnte ich dann aussuchen als aktive oder als Stand-by-Frequenz einstellen. Und dann war die Frequenz im KIT-2 gerastet. Wie gesagt, für mich ein Novum und ich habe dieses Feature mega gefeiert. Natürlich kann ich in einem Video wie diesem nicht auf alle Details eingehen. Eine Sache ist noch ganz interessant und zwar, dass aufgrund der Tatsache, dass Android die Basis ist, sich natürlich auch andere Navigations-Software-Lösungen installieren lassen, wie zum Beispiel LK8000 oder Navita Mobile. Und auch die XCV Remote habe ich natürlich nur kurz am Rande erwähnt, weil mir einfach während der Vorbereitung auf dieses Video aufgefallen ist, dass die XCV Remote nochmal ihr ganz eigenes Video verdient hat. Dementsprechend könnt ihr gespannt sein, dass in ein bis zwei Wochen darüber auch nochmal ein extra Video rauskommen wird. Was wir uns jetzt zum Schluss tatsächlich noch beantworten müssen, ist die Frage danach, für wen dieses Gerät jetzt eigentlich das Richtige ist. Und ich würde sagen, dafür setzen wir uns mal kurz. Wenn wir uns den Markt einmal anschauen, stellen wir zwei Dinge fest. Erstens, der Markt ist voller neuer und gebrauchter Variometer-Systeme. Aber zweitens, es scheitert jedes Mal an einem guten Navigationsgerät mit Moving-Map, Flammradar, sowie guter Darstellung taktischer und strategischer Informationen. Bei jedem Gebrauchflugzeug auf dem Markt muss man quasi davon ausgehen, ein solches Navigationssystem nachrüsten zu müssen. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, wenn man Preis und Fähigkeiten gegenüberstellt. Und X-Enough ist jetzt der erste Hersteller, der es schafft, ein gutes Display mit all diesen Konnektivitätsmöglichkeiten und dem Potenzial von Android zu vereinen und zu einem fairen Preis anzubieten. Und X-Enough ermöglicht es uns Piloten, herstellerunabhängig aus einer Vielzahl von Variometern unser bevorzugtes System zu wählen. Denn solange genug Leute X-Enough verwenden, werden sich zugunsten von uns Kunden die Hersteller in einem gefangenen Dilemma befinden, das sie dazu zwingt, ihre Treiber bereitzustellen. Und das wiederum gibt uns die Gewissheit, dass das X-Enough auch die nächsten ein, zwei Generationenwechsel an Variometersystemen überleben wird und wir uns kein neues X-Enough werden kaufen müssen.